Wer privat oder beruflich auf sein Auto angewiesen ist, kann mit ein paar einfachen Verhaltensänderungen den hohen Preisen entgegensteuern. Bei Kurzstops und längerem Ampelroth den Motor ausschalten. Überprüfen Sie regelmäßig den reifen Druck. Leiffuß ade. Niedrig-Tourig fahren. Gänge möglichst früh hochschalten. Überflüssiges Beschleunigen und Bremsen vermeiden. Auch das spart Sprit und schont die Nerven. Benutzen Sie für kurze Wege auch einmal das Fahrrad oder gehen Sie zu Fuß. Und bilden Sie auf dem Weg zur Arbeit doch öfters mal Fahrgemeinschaften.